Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich hab da so ein Gefühl, wo es hier reingeht. Hm. Oder auch nicht. Was immer ihr wünscht. Ob Goblin Schamane. Äh. Rückzug erst mal. Eingang zu den Abwasserkanälen. Mann, ich hab schon ewig lang nicht mehr gespielt. Ich weiß echt nicht, wo die verdammten, äh... Ihr da, was macht ihr hier unten? Das ist Sperrgebiet. Geht sofort wieder. Schon gut, ich gehe ja kein Grund, gleich gewaltig zu werden. Was ist denn hier unten los? Wieso sind da diese Zähnen da? Ich hab euch gewarnt, wachen Eindringling. Oh. Nein, erst mal noch nicht. Gut. Raus hier lieber. Und noch nicht in das Sperrgebiet. Gut. Wir wollen ja erst mal uns die Grube ansehen. Beziehungsweise die Gruppen. Wir würden da wahrscheinlich auch die Hunde gegeneinander kämpfen, was der andere vorgestanden hat. Bürger von Adkattla, hört! Und jetzt, hört! 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 Letinan ist stolz und erfreut, für euer Amüsement zu sorgen. Wendet eure Aufmerksamkeit der Grube zu und seht, wie zwei tapfere Krieger ums nackte Überleben kämpfen. Mir scheint, dass alle Wetten abgeschlossen sind. Gut! Gut! So lasst uns anfangen! Ich werde nicht kämpfen! Das ist ja unmenschlich! Wie könnt ihr sowas nur zulassen? Ihr könnt ihr! Du wirst kämpfen, weil du nichts als ein Sklave bist und weil man dir zu kämpfen befohlen hat. Weigere dich und du wirst zum Amüsement unserer Gäste aufgefressen! Sie werden ihn dazu zwingen, gegen ein WS-Tier zu kämpfen. Oh nein, ich denke nicht, dass ich mir das ansehen kann. Das ist ja fürchterlich. Und auch noch gegen einen Troll. Und auch noch unbewaffnet. Jop. Mein blaues Blut gibt mir das... Hm, werde ich ja auch kämpfen, Raschi, mit ihr. Das scheint wirklich barbarisch genug zu sein. Ich bin nicht erbaut, gegen Sklaven zu kämpfen, aber ich werde jeden echten Gegner zerschmirlen, der es wagt, mir gegenüber zu treten. Okay. Habt ihr irgendwelche Wetten platziert? Ich habe gehört, dass dieser Hendak besonders gut ist. Hm. Können wir auch mit dir irgendwie reden? Nein. Ich denke mal, bevor der nächste Kampf stattfindet und die nächste arme Sau hier eins auf den Deckel kriegt, haben wir eigentlich neue Tagebucheinträge? Nee. Bis jetzt noch nicht. Aber das ist ja kein Problem. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Und gegen ein paar mit Brügen bewaffnete Halbstarke brauchen wir nicht mal irgendwelche Magie. Die kloppen Minsk und Talisa einfach in Grund und Boden. Und Keldorn gleich mit. Also, ja. Sagt, was ihr von mir wollt. Ja. Ich darf hier sein. Ich gehöre zu Litinen ans besonderen Gästen. Ich habe euch gewarnt. Wachen, Eindringling. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Oh. Sie können hast wirken. Bringt ihnen nur nicht viel. Da sind sogar Kinder eingesperrt. So, jetzt was Neues. Nö. Habt ihr wenigstens was Gescheites dabei? Außer Rüstung. Geld, Rüstung, Bogen. Du hast noch ein bisschen Klimpim. Ein Trank. Also, ja. Rüstung mal zu Minsk. Was ist das für ein Trank? Wettigkeitstrank. Davon haben wir noch keinen. Aber okay. Ja, und Zeug, was zu verkaufen ist, geht mal zu Minsk rüber. Wir gehen dann eh noch mal verkaufen. Und du kriegst die Stäpe. Jo. Das kann da rein. Ich will auf jeden Fall wissen, was die drei Sachen sind. Am besten, ich schmeiß die beiden auch mal raus und packe noch mal identifizieren rein. So. Ja, die Gruben. Oh. Ein Winterwolf. Minsk. Und hier ist wirklich viel tot. Und hier heißt gut und lang zu leben. So, der Winterwolf. Den lassen wir mal, wo er ist. Ich denke, ich kann auch auf einen Nadel schlaßbleichtfüßiger gehen. Dann Yoshimo. Okay. Das klappt schon mal nicht. Du hast leider keinen Schlüssel bei dir. Das Fass ist leer. Okay. Also entweder hat Letina selber den Schlüssel oder wir finden ihn da weiter hinten. Hauptsache, der Wolf ist noch nicht angepisst. Oh. Hinein hier sind die Tierferche. Jeder tretet zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Okay. Bei exotischen Tieren hilft das leider schon mal nicht. Tierbeherrscher. Ey, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Ich bin einer von Letina als Gästen. Was ist das für ein Ort? Hm. Hier werden die Kreaturen für die Krummkämpfe gehalten. Und ich bin ihr haltet. Dürft hier nicht rein. Euer Geruch wird mein Liebling Tabitha aufregen und stören sofort raus hier. Ich gehe wohin. Ich will also achtet darauf, welchen Ton ihr gegenüber anschlagt. Na gut, ich werte mich auf. Ja, ihr geht jetzt raus hier, ehe ihr meine Tabitha noch mehr aufregt. Raus, raus. Okay, dann lassen wir den mal in Ruhe. Dann haben wir ein ernstes Wörtchen mit Letina zu klären. Da sollen wir nämlich den Schlüssel geben, dass ich die Sklaven hier befreien kann. Oh, noch ein Wächter. So, ein Goldring. Habe ich den jetzt da reingepackt? Ja, scheint so. Ich weiß, er zählt mir mehr davon. Na, bis jetzt scheinen sie es hier noch nicht so richtig mitgekriegt zu haben. So, lädt ihn an. mit dem Schlüssel. Ihr seid zurück, wie ich sehe. Äh, ja, Sklaven. Seid ihr euch da sicher? Wir wissen nichts von irgendwelchen Sklaven. Die Kofferkrone hier ist ein stetiges Kommen und Gehen. Blablabla. Ihr seid zurück, wie ich sehe. Willst du sie mal willkommen? Ich werde feststellen, dass die Kofferkrone blablabla. Besten Dank. Okay. Fragt nur. Nun gut. Das heißt, ich muss wirklich den Tieraufseher loswerden, ne? Weil hier was einzuschlagen, scheint nichts zu bringen. die Arena, Eingang zu den Abwasserkanälen. Okay, wo ist Minsk, wenn man ihn mal braucht? Macht Platz, böse Wichter. Heiliger Feld auf dem Durchmarsch. Gut, den Wolf haben wir wieder bezaubert. Frechheit, habe ich noch nicht gebeten zu gehen. Bah, es ist sowieso eine Zeit, meine Tabitha zu verkommen. Kommt, öffnet die KW, greift an. Oh, wie niedlich. Der Kreis stimmt. War jetzt nicht so schlimm. Rückzug, den Bär können wir sicherlich auch. Nein, können wir nicht. Ja, meine Tabitha, bis zum Ende, ich werde euren Tod brechen. Mist und Bo, allzeit bereit. Okay, den Schwarzbären konnte ich überreden. was? Schlüssel des Tiermeisters, aha. Ein Kurzbogen? Eine Wolfspilztasche? Ich werde euren Tod brechen. Euer Wunsch ist mein Begehrt. Ähm. Ich warte. Gut, gucken wir mal, dass wir die Tiere... Ja. wie ihr wünscht. Wow, ein Minotaurus. Oh. Oh. na gucken wir mal ja winterwolf ist tot und würde einen wolfspelz hinterlassen zehn gegenstände ist zwar etwas unethnisch aber